Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Kommen wir heute zu Strategien Nummer 5. Eine Feuersbrunst für einen Raub ausnutzen. Aus der Not, den Schwierigkeiten, der Krise, der Ignoranz eines anderen Nutzen ziehen. Aasgeier-Strategien, Notnutzung-Strategien. Es lohnt sich, Mängel und Gefährdungen zu entdecken, mit deren Behebung sich Geld verdienen lässt. Man kann aus der Not eine Tugend und aus seiner Krise eine Chance machen, sowie aus Schaden klug werden. Auch Negatives hat oft positives Potenzial. Negatives positiv aufarbeiten. Weltweit gibt es Raubritter, die von der schwierigen Lage anderer Marktteilnehmer profitieren oder aus irgendwelchen Katastrophen Gewinn schlagen. Es gibt hier das Beispiel von JP Morgan. Der ist damals durch den amerikanischen Bürgerkrieg steinreich geworden, weil er den Krieg sozusagen analysiert hat. Er hat genau überlegt, was wird jetzt teurer, was wird billiger, wo kann ich was günstig kaufen, wie kann ich Profit schlagen. Dann gibt es hier ein zweites Beispiel vom amerikanischen Fleischmagnaten Philip Danford Amor, der erfuhr vom Ausbruch einer Seuche in Mexiko. Daraus hat er sofort gefolgert, dass die betroffene Fleischzufuhr aus den an Mexiko angrenzenden US-Staaten, damals die bedeutendsten fleischproduzierenden Gebiete der USA, abnehmen und der Fleischpreis im Porsche nehmen werde. Sogleich nahm Amor Kredite auf und kaufte alles Rind- und Schweinefleisch aus den amerikanischen Anrainerstaaten Mexikos auf, dessen erhabhaft werden konnte, transportierte es in den Osten Amerikas, wo damals schon die entsprechende Kühltechnik in irgendwelchen Lagerhäusern existierte, und lagerte es ein. Wenig später griff in der Tat diese Seuche tatsächlich auch auf die an Mexiko angrenzenden US-Staaten über. Der Fleischpreis stieg enorm und Amor warf sein kurzzeitig gehordetes Fleisch auf den Markt und erzielte einen Riesengewinn und machte ein Vermögen. Dann hier als drittes Beispiel, als in den 70er Jahren Ölkrisen die Welt erschütterten, benutzten japanische Autohersteller sozusagen die Feuersbrunst in dem Sinne für einen Raub, dass sie mit Energiesparen in Kleinwagen im In- und Ausland einen reißenden Absatz erzielten, die bis dahin in Europa keinen besonders guten Ruf gehabt hatten, aber jetzt kauften die Leute sie, angesichts der enorm gestiegenen Öl- und Benzinpreise. Dann gibt es hier auch irgendwelche Beispiele mit irgendwelchen Schlepperbanden, die die Not von Flüchtlingen ausnutzen und ihre Arbeitskraft ausnutzen. Schlechte Zeiten sind gut für Sterndeuter, Handleser und andere, die metaphysische Bedürfnisse zu stillen Versprechen und irgendeinen Trost spenden. Chinesen profitieren von der schwierigen Lage westlicher Firmen, um sie günstig aufzukaufen. Dann Strategienprävention. Im Idealfall dämmt man die Feuersbrunst schnell ein oder beugt sie sogar vor und es kommt gar nicht dazu, dass irgendwelche Raubritter so eine Chance nutzen. Ferner muss man aufpassen, dass die Feuersbrunst nicht dem Strategien des leidenden Fleisches entspringt und als Lockmittel dient mittels dessen, der sich unvorsichtigerweise nähernde Räuber gefasst wird. Gerade im Risiko. Wer sich dem Feuer nähert, um einen Raub zu begehen, kann selbst Feuer fangen und zum Raub der Flammen werden. Dann gibt es hier noch weitere Beispiele, wie zum Beispiel westliche Firmen und Institute nutzten Chinas lückenhafte Gesetze in den 90er Jahren und die Unkenntnis der Bevölkerung vor allem auf dem Land, zum Beispiel bei Genomanalysen. Immer wieder las man China sei ein wilder Osten für Genforscher. Reihenweise sei unwissenden Bauern Blut entnommen worden. So hatte die renommierte Harvard-Universität Bauern in den Bergen der abgelegenen Provinz Anhui mit dem Versprechen geködert, sie umsonst zu behandeln. Für der Strategie Nummer 17, einen Backstein hinwerfen, um einen Jadestein zu erlangen. Anstatt einer Behandlung gab es aber bloß eine Schale Instantnudeln. Harvard behauptete, die Bauern hätten ihr schriftliches Einverständnis gegeben, freilich ohne zu verstehen wofür, wie sich später zeigte. Zudem entpuppten sich viele der Unterschriftsbögen nachträglich als gefälscht. Und dann gibt es hier noch ein zweites Beispiel von einem sowjetischen Transportschiff, das irgendwann in den 70ern angelegt hatte, um in Shanghai Säcke mit Reis zu verladen. Aber irgendwann während der Verladearbeiten hat einer von den Matrosen einige Ratten dort gesehen bei den Säcken und hat auch ganz laut aufgeschrieben, Ratten, Ratten, Ratten. Tatsächlich entdeckte man letztlich drei Ratten. Und der Kapitän dieses sowjetischen Schiffes nutzte die Chance. Er kam gleich so auf den Trichter, nein, die Säcke müssen wieder ausgeladen werden. Diesen Reis nehme ich nicht an Bord, das ist eine Katastrophe und so weiter. Und so blieb am Ende der Firma, die diesen Reis verkauft hatte und ihn eigentlich verschiffen wollte, nichts anderes übrig, als diesem Käpt'n 100.000 chinesische Dollar Schadenersatz zu zahlen, wenn er den Reis einfach an Bord nimmt und keinen Aufstand macht. Letztlich stellte sich heraus, es waren nur einige wenige Ratten, die kaum irgendwie die Ladung beeinträchtigt hatten während der kurzen Fahrt nach Wadiwostok. Aber der Käpt'n nutzte die Gelegenheit und verdiente eine schöne Stange Geld. Danke euch für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. ENDE Untertitelung des ZDF, 2020